Unter Human-Centric Lighting versteht man eine Beleuchtungslösung, die insbesondere den Menschen und sein Wohlbefinden im Vordergrund stellt. Das heißt, wir nutzen künstliche Beleuchtung, um den Tagesablauf, da wo wir das Sonnenlicht haben, am Ende das bestmögliche Licht für uns Menschen nachzubilden. Human-Centric Lighting, auch HCL abgekürzt, wird dort eingesetzt, wo die Menschen sich überwiegend aufhalten und teilweise auch wenig bis gar kein Tageslicht haben. In Sektoren wie Bildung oder Office, aber auch im Pflege- und Gesundheitsbereich findet ein großer Einsatz von Human-Centric Lighting an. Bei der Umsetzung einer Human-Centric Lighting-Lösung ist es sehr wichtig, dass wir drei Komponente immer berücksichtigen. Zum einen geht es sicherlich um die Leuchte an sich, dort sprechen wir oft von Active-Leuchten oder Weiß-Weiß-Leuchten. Die zweite Komponente ist die richtige Lichtsteuerung. Wir brauchen ein Lichtmanagement-System, das genau diese HCL-Kurve nachbilden kann oder nachsteuern kann. Und der dritte Punkt ist sicherlich eine professionelle und vor allem individuelle Lichtberatung oder Lichtplanung. Trilux zeichnet sich dadurch aus, dass wir ein variantenreiches und vielfältiges Produktportfolio haben. Wir haben auch sehr, sehr viele Leuchten, Active-Leuchten im Portfolio, die wir für unterschiedliche Applikationen oder Sub-Applikationen verwenden können. Mit dem Live-Link-Lichtmanagement-System haben wir genau die Bausteine, die wir auch benötigen, um die HCL-Kurve auch technisch steuern zu können. Hinzu kommt unsere Expertise. Mit 110 Jahren können wir stolz sagen, wir bieten Ihnen eine individuelle und professionelle HCL-Planung an. Das Ganze ist dann... Vielen Dank.